Hallo, hier sind wir wieder. Jetzt, wo wir neugelneue Bedlock-Felgen auf dem Goldenbahn haben, nehmen wir euch mit auf weitere technische Stops quer durch Deutschland und wir besuchen auch noch Freunde, die wir vor ein paar Jahren in Marokko kennengelernt haben. Und wenn ihr wissen wollt, was für Add-ons wir uns noch zulegen, um für überall gerüstet zu sein, dann bleibt dabei, ihr seht es jetzt in unserem Video. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist noch recht früh, halb acht und ihr wisst, das ist nicht so unsere beliebteste Aufstehzeit und deswegen hat es einen Grund, warum wir halb acht schon am Kaffee sitzen. Wir haben gleich einen Termin bei Klartrak hier in Tuttlingen und wir haben die Nacht nur fünf Kilometer entfernt von Klartrak verbracht, hier an einem wunderschönen kleinen See am Mörringer See. Also wenn ihr mal einen Termin bei Klartrak habt oder in Tuttlingen seid und einen hübschen Übernachtungsplatz sucht, hier ist ein Wanderparkplatz, wo das völlig problemlos möglich ist. Der Termin bei Klartrak hat einen Grund. Wir haben zwei technische Optimierungen, die wir da machen lassen möchten. Das erste ist eine Inspektion, die große Inspektion, wo wir einfach alles nochmal durchchecken lassen möchten. Das Fahrzeug ist jetzt doch eine Zeit lang gestanden und bevor wir jetzt so doch einer größeren Tour aufbrechen, möchten wir, dass alles nochmal kontrolliert wird, damit wir dann da auf der sicheren Seite sind. Das zweite ist geschuldet, der zweite Termin ist geschuldet zu unseren Bedlockfelgen, die wir bei Corinth Reifen haben drauf machen lassen. Dazu gehört, nach Meinung meines Mannes, ein Zweikolben Luftpressor. Das Fahrzeug hat standardmäßig nur einen Einkolben Luftpressor verbaut. Der ist ein bisschen wenig, wenn man zügig seine Felgen, seine Reifen wieder aufpusten möchte. Auf die ursprünglichen 7 Bar, wenn man im Sand war und unter 1 Bar abgelassen hatte, dauert es bei 6 Reifen bei einem Einkolben Luftpressor doch was lang, bis man den nötigen Reifendruck wieder erreicht hat. Und deswegen bekommen wir jetzt ein Zweikolben Luftpressor, damit wir schneller wieder on Tour sind und für euch schöne Videos produzieren können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir haben unseren MAN bei Klartrag in fachmännische Hände gegeben. Und was ein Service. Wir haben ein Auto bekommen, damit wir uns von A nach B bewegen können, hier in Tuttlingen. Und wir haben uns auch nicht weit weg bewegt, sondern ins nächste gutbürgerliche, geöffnete Restaurant. Es ist nämlich Mittagszeit. Und wir haben uns zu V-Speisen geflätet, das Suppe bestellt. Und wir genießen jetzt ein leckeres Essen, während die Jungs von Klartrag sich über unseren MAN bei machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo bei Alice im Wunderland, zumindest fühlt sich ein bisschen so an. Ich bin geschrumpft und alles ist größer geworden, aber so ist es nicht. Ich sage euch, was wir gemacht haben. Wir stehen hier bei Sinsheim auf einem Waldparkplatz und da der schräg ist, haben wir die Hubstützen ausgefahren. Und unsere Räder sind in der Luft und ich sage euch mal was, es ist verdammt weit oben. Simsalabim, wir haben unsere Hubstützen rausgeholt, damit wir vorne hochkommen, damit wir schön gerade stehen. Und es fühlt sich wirklich ein bisschen an, als ob unser Mobil gewachsen ist und ich geschrumpft bin. Und ich könnte jetzt auch bei Regen mich eben hier unterstellen, das wäre überhaupt kein Problem. Aber wir haben strahlenden Sonnenschein und dann kann man es vielleicht auch als Schatten benutzen, das haben wir noch nicht genau definiert. Auf jeden Fall ist es Wahnsinn, was unser kleiner Goldmann kann. Spannende Sonnenschein und dann sind wir noch nicht auf den Boden. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben unsere technischen Stops erledigt und sind wieder auf der Heimreise. Heute Nacht waren wir auf einem wunderschönen Waldparkplatz bei Sinsheim. Total schön, da wäre ein Stückchen weiter auch eine Therme gewesen, aber es war so warm, wir hatten keine Lust auf das Malbad. Aber echt ein schöner Stopp direkt an der Autobahn. Jetzt sind wir auf dem Heimweg, aber wir haben hier nochmal einen Stopp gemacht. Wir sind in Itstein, da ist auch ein sehr schöner Platz, um nach Superfair und entsorgen kann. Das müssen wir jetzt gar nicht, aber es gibt hier ein ganz tolles Restaurant. Nur 10 Minuten in der schönen Altstadt, ein Japaner, Deji Dojo heißt der. Und da waren wir schon öfters, wenn wir hier Halt gemacht haben und da wollen wir auch heute nochmal hin. Und hier seht ihr den Grund, warum wir immer wieder gerne in Itstein Alt machen. Weil abgesehen von dem wirklich schönen Platz, wo man wunderbar stehen kann und Superfair und entsorgen kann, gibt es hier fantastisches Essen in dieser süßen Altstadt. Es ist nämlich ein ganz, ganz toller Japaner. Und ihr wisst, ich liebe Thunfisch-Tatar und das kann ich euch hier wärmstens empfehlen. Also wenn ihr auf der A3 irgendwie an Frankfurt vorbeifahrt, macht einen Itstein halt. Das lohnt sich immer. Das lohnt sich immer. Guten Morgen. Es ist 8 Uhr und wir befinden uns bei unserem vorerst, hoffentlich letzten, technischen Stopp für unser Goldmännchen. Wir haben heute Morgen einen Termin bei L&L Car Detail. Und die machen folgendes. Die machen Reptor-Optik und Unterbodenschutz für Vans und Expeditionsfahrzeuge und Offroad-Mobile. Und wir haben uns in Kalkan auf der Offroad-Messe getroffen und haben uns da unterhalten und beschlossen, den Jungs unser Goldstück zu geben, damit sie einen Unterbodenschutz aufbringen können. Damit wir, wenn wir am Meer stehen oder in irgendwelche salzhaltigen Gegenden fahren, da keine Probleme bekommen. Und einfach auch aus optischen Gründen. Und deswegen geben wir unser Goldstück jetzt hier ab und ich denke, am Mittwoch bekommen wir es dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Wir sind quasi abfahrt. bereit. Wir stehen hier in Ramsdorf, das ist bei Borken, direkt am Freibad. Super Platz, wenn man hier stehen möchte. Wir haben hier einen besonderen Grund gehabt, hierher zu kommen. Wir haben Heinrich und Gudula besucht. Und wer uns schon länger folgt, der kennt sie noch aus Griechenland oder von der Shlona Beach Bar oder auch noch aus Marokko. Heinrich und Gudula haben wir vor über vier Jahren, fast fünf Jahren in Marokko kennengelernt und die sind nicht ganz unschuldig an unserem aktuellen Lebensstil. Die haben uns damals gesagt, arbeitet nicht zu viel, hört rechtzeitig auf. Und das tun wir, wie ihr alle wisst. Wir haben hier diesen Stop eingelegt, weil wir gestern unser Fahrzeug bei Oberhausen, Duisburg, bei LLK Details abgeholt haben. Da war es zum Unterbodenschutz. Und das war so unser letzter technischer Stop nach Klartrak und Ramin Korinth, den von Korinth Reifen. War das unser letzter technischer Stop für die Optimierung an unserem Fahrzeug. Jetzt geht es dann langsam wieder Richtung Heimat, weil wir ja Ende des Monats in fast zwei Wochen auf die Abenteuer allraten möchten mit Orange Work zusammen. Da geht das Fahrzeug nochmal ein, zwei Tage zu Orange Work, um auch nochmal ein paar Sachen machen zu lassen. Und dann sollten wir wirklich fertig sein und gewappnet für die große, weite Welt. Auf dem Rückweg jetzt besuchen wir noch Essen. In Essen besuchen wir Solamento Reisen mit Sascha Nietzsche. Das ist ein langjähriger Geschäftspartner und Freund von uns, der auch interessiert ist an unserem Mobil. Und wir haben gesagt, wir sind in der Nähe. Und solange wir noch in Deutschland sind, besuchen wir natürlich jetzt noch den einen oder anderen, der uns über die Jahre ans Herz gewachsen ist und den wir jetzt die nächsten Jahre eben nicht mehr sehen werden. Das ist ein langjähriger Geschäftspartner. Das ist ein langjähriger Geschäftspartner. das ist es ein langjähriger Geschäftspartner. Hatta Dаемся mit den Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr hattet wunderschöne Pfingsten. Wir hatten schöne Pfingsttage und die haben wir in unserem MAN hier in Bad Breisig am Rhein verbracht. Wir sind jetzt zwei Nächte hier gestanden. Am ersten Abend haben wir noch wunderschön abends Spargel am Rhein gegessen. Am nächsten Morgen war dann tatsächlich Hochwasser und wir konnten da, wo wir am Abend zuvor gegessen haben, gar nicht mehr hingehen. Also die letzten Tage hat dann doch das Hochwasser hier auch den Rhein so ansteigen lassen, dass teilweise die Restaurants schließen mussten. Trotzdem haben wir die Zeit hier verbracht. Es hat hier selber auch gar nicht viel geregnet. Morgen früh geht unser MAN. Dann noch einmal zu Orange Work. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt an den letzten Tagen beim Fahren eben festgestellt haben, was wir gar noch hier hätten oder da vielleicht ein bisschen anders. Deswegen geht er noch mal zum letzten Check-up zu Orange Work, bevor wir dann die Woche drauf oder übernächste Woche zu Abenteuer Allrad gehen und sofort zum Offroad-Training. Das heißt, es steht noch einiges bevor und ihr wisst Bescheid, wenn ihr uns begleiten wollt auf der weiteren Reise mit und und unserem MAN. Liked dieses Video und abonniert unseren Kanal, damit ihr nichts verpasst.